Diese Woche geht es um Datendiebstahl mit dem Internet Explorer und um eine Sicherheitslücke in WPA3. Zusätzlich habe ich auch noch einen praktischen Tipp, wie ihr mit dem Internet Explorer umgehen könnt. Hallo, hier ist der Tim von GData. Mithilfe einer präparierten MHT-Datei, die per Chat oder per Mail versendet wird, ist es möglich, eine Sicherheitslücke im Microsoft Internet Explorer auszunutzen. Die Sicherheitslücke ermöglicht es unter anderem, ein System auszuspionieren. MHT ist ein älteres Archivformat für Webseiten, das aber schon relativ lange nicht mehr auf breiter Front genutzt wird und einige moderne Browser unterstützen das Format auch überhaupt nicht mehr. Betroffen sind von der Sicherheitslücke unter anderem Windows 7 und Windows 10, aber auch Windows Server 2012. Allerdings wird in einigen Fällen der Internet Explorer immer noch als Standardanwendung für das Öffnen ganz bestimmter Dateitypen, wie zum Beispiel MHT, eingesetzt. Wer verhindern möchte, dass diese Sicherheitslücke auf dem eigenen System ausgenutzt wird, der kann über die Systemsteuerung auch den Internet Explorer deaktivieren, so wie es hier in dem Video auch eingeblendet ist. Die Notwendigkeit für einen Notfallpatch sieht Microsoft an dieser Stelle allerdings nicht. John Page, ein Sicherheitsforscher, der vor einigen Wochen auch schon mal eine Sicherheitslücke im Windows Registry Editor gemeldet hat, hat auch diese Sicherheitslücke an Microsoft weitergegeben. Microsoft hat allerdings erst einmal abgelehnt, einen Notfallpatch dafür bereitzustellen. Es ist allerdings in Aussicht gestellt, dass man diesen Patch in Erwägung zieht. Daraufhin hat Page die Sicherheitslücke veröffentlicht, zusammen mit einem Video, das diese Sicherheitslücke in Aktion zeigt. Das WPA3-Protokoll ist seit nicht einmal einem Jahr offiziell, aber es gibt schon die ersten Sicherheitslücken darin. Ein Forscherteam der KU Löwen und der Universität Tel Aviv hat diese Sicherheitslücken gefunden. Unter den Forschern befindet sich übrigens auch Mati van Hoof, der damals die Sicherheitslücken in WPA2 schon entdeckt hat und unter dem Namen Crack weltweit bekannt gemacht hat. Wer dazu noch mehr wissen möchte, der findet in der Beschreibung ein paar Links, wo wir über die Crack-Attacke berichtet haben. Einer dieser Angriffe nutzt dabei aus, dass WPA3 auch abwärtskompatibel sein muss. Ein hypothetischer Angreifer würde also gegenüber einem Access-Point behaupten, dass er nur das ältere und angreifbare WPA2 beherrscht. Um die Kompatibilität zu wahren, würde der Access-Point auf diese Anforderung auch eingehen. Andere Angriffsmethoden wiederum benutzen einen sogenannten Seitenkanalangriff. Bei einem Seitenkanalangriff nutzt ein Angreifer bestimmte Eigenarten des Systems, um Rückschlüsse auf Informationen zu ziehen, die ihm für den weiteren Angriff nützlich sind. Das ist so ein bisschen wie in den alten Filmen, wo ein Safe-Knacker mit einem Stethoskop ganz genau am Schloss hinhört, wann es bestimmte Geräusche macht, um daraus eben Rückschlüsse zu ziehen, wann er an dem kleinen Drehrädchen am Tresor die richtige Nummer eingestellt hat. In diesem Fall kann die Zeit, die ein Access-Point für die Übertragung bestimmter Daten braucht, Rückschlüsse geben auf Art und auf Länge des Passwortes. Übrigens, ins Internet übertragene Daten sind von der Sicherheitslücke nicht betroffen, denn selbst wenn es einem Angreifer gelingen sollte, die WLAN-Verschlüsselung aufzuhebeln, müsste er immer noch die Verschlüsselung der Verbindung zwischen dem PC und einer Webseite aufhebeln. Darüber hinaus unterliegt auch Dragonblood ähnlichen Beschränkungen wie seinerzeit der Crack-Angriff. Ein Angreifer muss sich hier in der Nähe des Netzwerkes befinden, dass er kompromittieren möchte. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen, schöne Osterfeiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao!